Moin moin YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play War of Underground Forces mit den beiden komischen Menschen. Mit irgendwelchen komischen Menschen. Sollte ich meinen Namen sagen? Nein, alles gut. Oh, okay. Ihr habt keinen Namen. Hallo? Ihr habt keine Namen zu haben. Subject 1 und Subject 2. Ausnahmsweise mal nicht im dicker Max jetzt. Genau. Aber dafür im Wirbelwin. Aber dafür im Wirbelwin. Dafür jetzt im Wirbelmax. Achso, da flext noch mal kurz nen Baum um. Alles klar. Alles klar, die Kettensäge. Die Skins sind by the way von Jokers. Weiß ich gar nicht wie von Jokers oder von Tigers. Auf jeden Fall ist ein Link in der Videobeschreibung. Nein, brauchst du doch nicht immer sagen. Schönen Dank. Ach, alles gut. Aber danke. Achso, zum Max Channel im Übrigen auch. Ich mein, das war gerade Jokers Skins. Aber hey. Alles gut. Wo haben wir denn jetzt Gegner? Oh, KV1 von vorne? Jetzt vergessen wir uns zu verlinken. Und dann Flamen hier alle. Den müsst ihr kaputt machen. Da kann ich nichts. Ja, scheiße. Das kann ich nicht. Da ist der T34 schon vor der Tür und knallt mich jetzt weg. Eigentlich wollte ich hier nur ein bisschen Sightseeing machen. Das gibt's doch nicht. Sightseeing kannst du hier nicht machen, Jung. Wieso nicht? Ich Polen sollte ganz hübsch sein, hab ich gehört. Die ganze Tür ist voll. Die ganze Tür ist voll. Oh, scheiße. Ja, genau. Diese ganze Tür meinte ich. Ich wollte jetzt sagen, ich würde sagen, das ist jetzt unge... Ja, alles klar. Alles klar. Wie hab ich denn 400 Punkte bekommen? Durch was denn? Hab ich gecappt? Ja, wahrscheinlich. Ist mir nicht mehr aufgefallen. Ist mir einfach nicht mehr aufgefallen. Ich hab grad schon den... Schermann? P34 ist weg. Oh, ne. Nein, hör auf mit der 50er hier in mich reinzuschießen, Penner. Hör auf jetzt. Gib mir meinen Gunner wieder. FDK auf. Nein. Was macht mein 100 Punkte? Oh Mann, da hinten ist ein Panzer IV, der einfach auf einen schießt. Das ist doch kacke. Da komm ich jetzt eben im Churchill. Mein Gunner ist tot. Bist du schon wieder tot? Ne, mein Gunner. Und mein Loader ist fast tot. Und mein Driver ist tot. Was machst du denn da? Ja, im Spawn ne Kugel von dem Panzer IV kassieren. Dann flexen doch einfach weg. Ja. Wollte ich. Hier, da hat er. Der brennt schon. Mein Gunner war aber nicht mehr da. Dein Gunner? Mein Gunner. Oder der Gunner? Gunner war tot. Gunner. Gunner war da tot. Gunner, was machst du für ne Scheiße? Gunner, aber Günther lebte noch. Ja. Gunner, Günther und Gunther. Wird ja immer bunt. So. Oh Gott. Haben wir alles sauber gemacht. Mal durchgemobbt. Dich putziert mal. Jau. Hat er mal feucht durchgewischt und dann war auch alles wieder gut. Da hat der dicke Max mal kurz nen Schiss gelassen und dann war's das. Dann warst du auch nen Wirbelwind. Das ist leider mein letzter Panzer. Die Runde läuft heute super. Ja, läuft heute super. Wow. Oh oh. Ganz cremig. Und geschmeidig. Oh. Nein, 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 nein. Ach man. Wie soll immer mein Gunner, meine Cannon Bridge. Cannon Bridge? Cannon Bridge kaputt? Ja, auch. Unter anderem. Unter anderem. Unter anderem. Ja, das ist natürlich nicht so schön dann, ne? Ja, mal nur 10 Sekunden wieder. Soll ich mal schießen, der war auch Spaß? Mit ner kaputten Cannon Bridge? Ja, mach doch mal. Ja. Guck mal was passiert. Bist ne russisch Roulette spielt? Ich mach jetzt erstmal drei Panzer mit einer Bombe kaputt. Moment. Drei Bomben mit einem Panzer? Ne. Da. Siehste? Mit Ansage. Nice. War doch bestimmt wieder nen Hack, oder? Ne. Die standen alle im Spawn auf nem Haufen. Außer das weiß ich mal nicht. Siehste? Oh, ich hab nen Problem. Ich hab nen Problem. Gut. Alles klar. 150 Punkte im Churchill geholt. Da hab ich mir wieder richtig übertrieben, würd ich behaupten. Oh, was steht denn da? Da steht ne Stuck. Äh. Druck 3G nehmen wir immer als nächstes. Steht ne Stuck. Ein Stück, die Stuck, 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 Stuck. Pass auf, der dicke Max hat uns hier in die Sierra, Kilian. Das sind... Sehr hübscher Scannen. Hier brennt auch mal ein Flugzeug vor sich hin. Nice. Die Feuer sehen so schön aus jetzt. Mhm. Die sind wirklich äußerst... Oh nein. Jetzt kommt Bomben und ich bin am reparieren. Das ist doch ne Scheißrunde, Alter. Nein. Hör du die töff, 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 töff. Ich krieg die gar nicht auf den Bomben. Das ist keine Scheiße. Das ist Schokolade. Manche Leute wie diesem Deffen33 sollte man sagen, dass sie Scheißkinder sind. Ehrlich. Schokolade gibt's nur im Katzenklo. Ehrlich? Schokolade gibt's nur im Katzenklo. Ehrlich? Ich guck euch jetzt zu. Ehrlich? Oder Mandelkrokant. Also müsst ihr... Wenn ihr eine Katze habt... Nein, Quatsch. Tut nichts, was der Kilian sagt. Genau. Tut's in eine kleine Plastiktüte und bietet's auf der Straße an. 3 Euro. Ja, nein. Verkauf euch jetzt einfach. Einfach lass es sie nicht vorher probieren. Das könnte die Überraschung... Einfach sagen, hier, guck mal. Frisches Mandelkrokant. Das wird die Überraschung ruinieren. Richtig. Nix, links... Boah. Ja, ja, ich weiß, der ist schon tot. Irgendwie ist hier gar nichts. Ich kann ja leider nur noch zugucken, weil wir wieder so'n Spasti hatten, der den Spawn bewommen muss. Deffen33 heißt er übrigens. Da hinten ist ein STK-FZ. Versucht denn der kleine hier? Warum versucht er mich denn hier wegzudrücken? Ich hab dann STK-FZ gerade beschossen. Bin ich jetzt cool? Bin ich jetzt einer von den coolen Kids? Lass ich nicht totbekommen. Ich hasse diese Dinger, ne? 3L. Overpenetrate ist wahrscheinlich. Ja, ja. Boah. Fert sich... Fert einfach mal so... Okay. Was macht denn der 3L? Komm mal ab. Komm mal ab. KV1 dürfte doch vor dir sein, Kilian. Ja, der ist doch genau vor mir. Vor mir ist eine Mauer, die mich vor dem schützt. Okay. Der KV1 hieß Max und ist down. Oh. Dann hast du mich getötet. Mhm. Hast du auch Max-121-083? Oh, das ist ein Schalke. Oh. Oh. Nein! Das ist dieser Deffen33, der in den Spawn bomben muss. Bitte mach ihn platt. Mhm. Mach da auch mich. Ach, ist das der? Der hier. Mhm. Der jetzt keinen Gunner und keinen Commander mehr hat. Der brennt gerade auch. Der brennt gerade auch. Oh man, ich krieg hier gar keine Kills. Das ist nicht schlimm. Das ist immer so, wenn man nur Max spielt. Wirbelwind. Boah. Das ist immer so. Ja, genau. Ah, da hab ich immer einen weggewischt. Na so. Der Schrecker, mal wenn der seine Laser strahlt los wird, dann ist es vorbei. Da hab ich mir einmal rübergelutscht da und dann war das auch gut. Warte mal, das klingt falsch. Kommt doch grad mal. Hast du rübergelutscht, alter. Ja. 5 Dollar, Lucci Lucci, hä? Massage mit Happy Ending. Auf, saki saki. Ah, da ist ein Panzer 3J. Ich hör mal auf die, einfach auf die andere Seite das Gebäude ist. Ja, der 3J hat keinen Motor mehr, der steht irgendwo fest jetzt. Ach so. Der steckt da fest. Ja, der steht da in die Ecke. Ja, der steht da in die Ecke. Moin Panzer 3. Mach ihn weg. Ja, ich kann grad nicht schießen, weil da so ein... Jetzt bin ich ein trauriges Panda-Bärchen. War was? Mutti, der klaut meine Kills. Ja, du sollst auch nicht mit dem Essen spielen. Mama. Ja, Max taucht dich schon wieder. Halt, du hast rot. Es dreht sich halt noch um. Wer hat dich mit Doppel... Wer hat dich mit Doppel-E-Fahr... Lol, du hast recht. Mach den... Was ist denn hier um die Ecke? Ich fahr die Ampel einfach um. Oh ja, hallo Scham. Hast du wieder nicht abgeklärt? Das war ein M10. Ah, das war ein M10. Ich hatte nicht mal genug Zeit, ihn zu sehen, bis er tot war. Dass der tot war. Dass er tot war. Dass er war tot. Halalalala. Könnte ein Song werden. Also ein Kill möchte ich noch haben, bitte. Uah, Marder 3. Gott, ich brenne. Sweet. Die Marder 3 wird umgefahren von dem eigenen Teammate, ey. Ja, ich hab 30 Sekunden Repair, da kommt ein T-34 und ein Marder. Ich hab ein Problem, ey. Gott, alles klar. Du hättest mal hinter mir bleiben sollen. Ja, gut, ich hab mich da umgedreht vielleicht. Okay, ja. Ich war da mal raus für die Runde, ne? Oh, da ist der Marder. Oh, der Marder haut grad ab. Komm zurück Marder. Oh, wir haben so'n T-70 mit Raketen drauf. Ah, jetzt hab ich ihn doch erwischt. BT Wagon? BT? Ne, ist doch kein BT. Guck mir mal dem Just Max zu. Äh, Digger Max, Max, links. Joll. Ja, gesehen, danke. Bitte. Oh, Undamage. Das war ein komischer Schuss. Wie hast'n das gemacht? Keine Ahnung. So, jetzt erstmal den Gunner weggeschossen. Erstmal den Schosser weggeschossen. Ein bisschen Maschinengewehr. Cannon Breach kaputt. Alter, da muss ja hier Chirurg sein, um die einzelnen Dinger kaputt zu machen in dem Panzer. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, fasst der Max grad den dicken Max an. Oh ja. Ja. Könnte sein. Hat man den Reißverschluss? Achso, ein anderes Thema. Da, 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 da. Ne, das war ein Knopfloch. Achso. Wo ist denn der andere hier jetzt, der da noch im Leben ist? Das hörst du gesagt. Fahr mal halt und spawnen. Geht ja nichts anderes. Wischen wir halt und spawnen mal durch, ne? Der Panzer könnte im Übrigen einigen von euch aus dem VOT noch bekannt sein, der Churchill III. Nur, dass er da nicht deutsch war, sondern russisch. Was natürlich, was natürlich viel mehr Sinn ergibt. Gibt ja Sinn, weil es gab Land and Lease Churchills. Ja, und es gab auch Captured Churchills. Aber man hätte auch einfach einen britischen Churchill. Ja, bei diesem Churchill handelt es sich sogar ein, der bei Dieppe gelandet ist und den die Deutschen erobert haben. Ja. Cool. Guck, jetzt komm ich hier im kleinen Flak geschützt. Oha. Also man merkt es zu untersuchen, weil ich natürlich schlauig bin, weiter geskippt bin. Ja, und dann macht keiner einen Wheelie. Wheelie! Man merkt es, fährt wieder LKW. Dass wir die Häuser hier kaputt machen. Aber das ist jetzt, eigentlich wollte ich Euro Truck Simulator nicht in das Van. Euro Truck Simulator. Ah, nicht hier? Ne. Achso, sorry. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Was fährst du gerade? Ich dachte jetzt. Ersatzteile nach Prag, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Ja, Mann, Alter. Die Leute sitzen da auch hinten auf dem Ding drauf. Der andere fällt fast runter. Ja, stimmt. Der sitzt da schon so. Dass der eine keinen steifen Nacken bekommt in der Mitte, ne? Ja. Ach, sei doch ehrlich. Du hast einen LKW vom Zoll. Du willst nur halt, dass sie anhalten. Genau. Willst du anhalten? Oder wir müssen unsere 37mm Pack auf sie richten. Nein, nicht machen, ne. Das wäre ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Ich treff doch eh nix mit dem Ding, Mann. Das was, das was. Ich könnte auch nix schiefen. Ich könnte auch nix schiefen. Puff. Ne. Ups. Sorry. Hau mal da, ne. Ich hab die Farben gewechselt. Ne, ich hab die Farben von rot auf blau auf rot gewechselt. Der Gegner ist jetzt blau bei mir. Ich hab die Farben gewechselt. Von grün auf grün. Ups. Kann ja mal passieren. Oh, wir haben Horizontal Tower Drive erforscht. Mann, bin ich cool. Oh, super. Ja, geil, ne? Super. Das ist doch echt echt gut. Das ist super. Mann, ihr wart ja wieder klasse unterwegs. Oh ja. Das war diesmal ganz klasse, ja. Ich war auf jeden Fall gut, diese Runde. Aber es geht ja nicht ums gut sein, es geht ums unterhalten. Genau, richtig. Spaß muss man haben. Und mit diesen Worten bis zum nächsten Mal bei Warfander. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.